Oh ne Wie kommen wir eigentlich dieses Roadtube für Sie auf den Standard-Sniper, die Sie irgendwie benutzen? Nö, das ist noch das hier, Alter. Das ist halt dämlich. Da kommt wieder mal niemand. Was? Was? Nein. Hitwreck! Ich snipe durch ihn durch. Nein, ich wirklich bin nicht. Das scheiß Lobby ist ja kacke am Connecten. Wir haben die Vorteile. Sensordaten auf. Wir sind hinter. Wieder, ich snipe durch ihn durch. Wieso bin ich dann um 10-Helf-Gegner? Hey, wo? Oh, ich bin. Oh, ich bin. Hä? Sieh mich doch noch früher. Du hast das Signal down. Hä? Wo waren da jetzt drei Leute? Bitte. Hä, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das Ding. Ja. Oh nein nein. Get down. Hier kommen alle. Ich muss mich jetzt aufhören. Ich hab den Spot hier noch nicht verlassen. Ich snipe wieder durch ihn durch, das ist unglaublich. Der Zip läuft halt perfekt in meinen Scope rein, ich snipe genau dann, wenn in seine Stirn mein Flasher berührt. Heeeey. Er teleportiert sich. Ah, Aarek, Fuchsander, Alter. Er hat einen 60er-Ping, aber er hat absolut keine Lack-Compensation. Er teleportiert sich, wenn er hin und her. Oh, Meno. Oh, oh, shit. Ich snipe wieder durch ihn durch, Alter. Oh, den Tobi. Mann, ey. Mann, ey. Ich schie, ich snipe zusammen, Alter. Ich hab keinen Bock, wieder zu sterben, weil ich hier festhänge. Ich schie, ich schie, ich schie, ich schie, ich schie. Mensch, hab ich viel gesnipet. Bis jetzt. Ich werd hier mal überrannt. Halt, äh, ich sollte aufhören zu snipen, wenn ich's nicht. Ich kann. Ich hab's schon in den Robby nicht. Ich muss das für regieren. Ey, kann ich jetzt mal was verdrehen? Your Sniper's Nest has been destroyed. Sniper's Nest maneuvering. Scanning for targets. Negative, airspace full. Tiny. Tiny. B Aber er schießt auf mich und nicht auf dich. Er weist nicht die größere Gefahr, oder was? Ja, wäre ich auch zu viel. Snipest du mal besser als ich, äh... Ja, wie kannst du nicht snipen, Alter? Ja, ich treffe ihn nicht! Ja, ich durchschieße gerade. Hey, hab ich so viel gesnipet mit der Spitfire jetzt, Mann. Was ist da viel passiert? Ja. Ist da viel passiert? Oida, what the fuck.